Mein Name ist Heinz Überall und ich koche nicht leidenschaftlich. Ich arbeite hier im Hospiz Hamburg Leuchtfeuer und da bin ich in der Küche und bereite so viermal im Monat das Abendessen für die Bewohner zu. Ich arbeite hier im Hospiz Hamburg Leuchtfeuer und ich habe schon seit längerer Zeit in ehrenamtlichen Positionen gearbeitet und ja, letztendlich mache ich das, weil es geht mir persönlich sehr gut und ich hatte das Bedürfnis, etwas davon wiederzugeben und mache es halt gerne in dieser sinnvollen Tätigkeit. Die Arbeit hier im Hospiz, da habe ich auch so zwei, drei Anläufe gebraucht, bis ich mich getraut habe, weil ich mir halt nicht sicher war, ob ich damit klarkomme und es hat mich aber überzeugt, weil es eben eine menschenwürdige Sache ist und deswegen habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, jetzt machst du es und es war auch die richtige Entscheidung. Also mir hat es auf jeden Fall was gegeben und ja, es ist einfach richtig. Wenn ich es so im privaten Umfeld erzähle, dass ich hier im Hospiz arbeite, dann ist es in der Regel so, dass ich Respekt ernte und häufig ist die Resonanz auch so, ja, ich würde ja auch gerne was machen, wobei dann eben, wie gesagt, der Schritt, es tatsächlich zu tun, eben doch fehlt. Vielen Dank!